So, die Technik steht. Vielen, vielen Dank für die nette Einführung und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Willkommen zu meinem Vortrag. Wie gerade schon angekündigt, geht es darum, was passiert, wenn Wirtschaftspsychologie und UX-Design zusammentreffen und die besondere Rolle, die die Psychologie in der nutzerzentrierten Gestaltung einnehmen kann. Ich bin, wie gerade schon angekündigt, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der LMU, forsche im Bereich Mensch-Technik-Interaktion seit über zehn Jahren und was mich dort eigentlich schon immer begleitet, ist eben, dass ich in meiner Disziplin in der Psychologie so ein bisschen kämpfe um mehr Aufmerksamkeit für UX als, wie ich finde, den tollsten Anwendungsbereich, den es eigentlich gibt. Um Psychologie praktisch anzuwenden und andersrum natürlich auch im Feld UX die Potenziale durch die Psychologie und durch die Wirtschaftspsychologie insbesondere da greifbar zu machen. Und was ich einfach rüberbringen möchte und was Sie wahrscheinlich alle auch teilen können, ist eben, dass erst durch das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen wirklich großartige Dinge dann entstehen können, da jeder seinen Teil mitbringt. Ja, so freue ich mich natürlich auch, dass das Thema UX insgesamt immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt in den letzten Jahren, dass es so großartige Veranstaltungen auch wie hier den UX-Day gibt, auch als wichtiges Forum, um Wissenschaft und Praxis zu verbinden und freue mich da auch auf die Diskussion im Anschluss dann wieder Ihre Erfahrungen sind. Kurz noch zum Titel UX-Design. Was ist damit gemeint? Wir haben, denke ich, in dem Vortrag gerade eben schon einen guten Eindruck erhalten können, was gutes UX-Design ausmacht. In diesem Fall sogar UX-Design für UX-Designer. In meinem Vortrag begreife ich den Begriff eigentlich in dem Sinne, wenn man es mal übersetzt, also UX, die User Experience, das Erlebnis des Nutzers in diesem Fall, weil es um technische Produkte geht, Design, Gestalten. Man könnte also sagen, es geht darum, Erlebnisse zu gestalten und gutes UX-Design ist im besten Fall, wenn man sich über das Erlebnis ausgiebige Gedanken gemacht hat. Jetzt kann man natürlich noch fragen, Erlebnisse gestalten, geht das überhaupt? Also Erlebnis ist ja irgendwie was, was auch im Kopf passiert. Wie kann man da als Designer denn eingreifen? Ganz so direkt geht es natürlich nicht, aber man kann sich die Gestaltung interaktiver Technologien vorstellen, sodass es eben einen materiellen Teil gibt, die Form eines Produkts, die Interaktion, die sich gestalten lässt, wie wir gerade sehr schön gesehen haben in dem Vortrag. Und das wiederum beeinflusst dann das Nutzungserlebnis, den immateriellen Teil. Und so kann man sagen, der materielle Teil ist sozusagen das Medium, das UX-Designer haben, um dann das Erlebnis, die UX, zu gestalten. Und wichtig finde ich, ist an dieser Einsicht auch, man kann nicht nicht gestalten. Also wenn man sich keine Gedanken über das Erlebnis macht, heißt es dann nicht, dass es nicht da ist, sondern es ist dann eben zufällig vielleicht auch nicht ganz so ideal. Ganz schön vorstellbar und greifbar wird das, finde ich, wenn man sich andere Domänen vorstellt. Zum Beispiel hier sind wir in einer sehr tollen Veranstaltungslocation, wenn man in den Bereich der Gastronomie geht, da ist es ganz selbstverständlich, dass sich der Gastronom Gedanken drüber macht. Wie stelle ich die Tische, was erzeuge ich da für eine Atmosphäre mit, wie statte ich meine Sitzmöbel aus? Ist es eher ein Betrieb, wo es darum geht, dass die Leute kurz bleiben und dann weiterziehen? Oder soll es darum geben, dass die Leute den ganzen Abend dort sitzen? Je nach intendiertem Erlebnis kann eben die eine oder andere Entscheidung geeigneter sein. Und am Ende kann man eben sagen, wer das beste Erlebnis verkauft, gewinnt. Hier ein Beispiel, ja, Café Del Mar. Das gleiche Prinzip zählt aber natürlich auch in der Domäne technischer Produkte. Apple zum Beispiel hat das ganz gut gezeigt. Ich bin jetzt kein Riesen-Apple-Fan, würde auch gar nicht sagen, es haben da alle Produkte die perfekte. UX, aber ich finde, es zeigt sehr schön, dass eben Menschen ein Bedürfnis haben, Ansatzpunkte für Erlebnisse, für positive Erlebnisse zu finden in technischen Produkten. Vielleicht auch so etwas wie ein ganzes Lebensgefühl um die Technik, die sie nutzen, herum aufzubauen. Und ja, das kann dann eben zu solchen begeisternden Momenten in Konsequenz führen. Also irgendwas hat Apple da verstanden. Natürlich gibt es noch mehr Aspekte und es geht auch nicht nur immer um das Smartphone. Man kann also sagen, ein gutes Erlebnis kreieren ist am Ende ein essentieller, auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Und die Beschreibung, die Erklärung und Vorhersage von menschlichem Erleben, von Erlebnissen, Das ist ja die Kernaufgabe und Expertise der Psychologie und so kam ich eben auch zu der Verbindung dieser Themen. Also man könnte auch andersrum sagen, UX-Design needs Wirtschaftspsychologie, braucht eben die Expertise der Psychologie, um irgendwie positive Erlebnisse bewusst unterstützen zu können. Und das gilt jetzt auch nicht nur für den Bereich vom Unterhaltungssektor, von Produkten, die ganz speziell für positive Erlebnisse ausgerichtet sind. Wenn man den Alltag durchleuchtet, kann man wirklich sagen, Technik ist überall. Also ein paar Beispiele. Viele schreiben mit Word, lesen auf dem Kindle, hören Musik über Spotify, schauen Serien auf Netflix, zeigen auf Facebook, was sie mögen, nicht mögen, bleiben mit Leuten in Kontakt, shoppen über Amazon. Also UX-Design ist im ganzen Alltag und daraus ergibt sich natürlich auch eine Verantwortung. Also wer Technik gestaltet, beeinflusst, was Menschen tagtäglich erleben, wie sie sich fühlen, was sich für Interaktionen zwischen den Menschen ergeben, kann man natürlich jetzt noch viel philosophischer diskutieren. Worauf es mir einfach ankommt mit diesem Punkt ist eben, man muss gar nicht erst in die spezifische Wohlbefindensdomäne gehen und sagen, ich will Menschen glücklich machen als UX-Designer, indem ich jetzt eine Meditations-App oder ein Dankbarkeitstagebuch gestalte, sondern einfach diese Fragen, eben was macht Technik mit uns im Alltag, wie verändert sie den Umgang, vielleicht auch, was können wir tun, damit die Technik eben Routinen unterstützt, die den Menschen gut tun und nicht die den Menschen schaden. Das sind Fragen, die man sich als UX-Designer stellen kann. Und immer geht es irgendwie im Kern dann darum, psychologische Bedürfnisse zu erfüllen. Das gilt für jeden Bereich, also nicht nur im Privatleben, im Freizeitkontext sind wir Menschen, die psychologische Bedürfnisse haben, genauso auf der Arbeit oder eben auch, um mal beim Beispiel Word zu bleiben, wenn man Arbeit erledigt, einen Brief schreiben möchte, was auch immer, auch da spielen psychologische Bedürfnisse eine Rolle. Im Fall von Word könnte das zum Beispiel kompetent sein, also man möchte die Arbeit gut erledigen. Es gibt dann auch bestimmte Funktionen, die das unterstützen können, vielleicht die Formatvorlagen, die Word bietet, sodass man schnell das Gefühl hat, wow, sieht doch schon ganz professionell aus, was ich da geleistet habe. Also es gibt Funktionen, die Autonomie unterstützen können. Ich weiß nicht, ob Sie die geteilte Seitenansicht kennen, sodass man im Dokument an mehreren Stellen gleichzeitig arbeiten kann. Es gibt auch Funktionen, wo manche sagen, das empfinden Sie eher als autonomieeinschränkend. Falls Sie noch Karl Klammer kennen, der irgendwie immer dachte, man will jetzt einen Brief schreiben und einen da unterstützen wollte, das kann dann auch eher nervig sein. Ja, soweit kurz mein Grundverständnis, was alles UX-Design beinhaltet, wie komplex und umfassend eigentlich diese Aufgabe wirklich ist, Erlebnisse zu gestalten oder für positive Erlebnisse zu gestalten. Im Folgenden möchte ich jetzt noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie schon anfangs angedeutet, warum gerade die Wirtschaftspsychologie, also warum finde ich es essentiell, dass eben die Gestaltung interaktiver Produkte auch als wichtiger Teilbereich der Wirtschaftspsychologie anerkannt wird. Dann noch kurz, welche konkreten Kompetenzen der Psychologie im UX-Design eine Rolle spielen und zum Ausblick noch kurz, welche Modelle, Methoden, Tools haben wir für die Verzahnung von UX und Psychologie. Warum also die Verortung von UX-Design als Teilbereich der Wirtschaftspsychologie, wie ich das zumindest meinen Kollegen in der Wirtschaftspsychologie versuche zu verkaufen? Zunächst bringt die Wirtschaftspsychologie die Nähe zur Wirtschaft mit und damit natürlich auch das Interesse an wirtschaftlich relevanten Erfolgsfaktoren in der Produktgestaltung und wie gerade schon dargelegt, Nutzungserlebnisse und damit eben auch die erlebnisorientierte Produktgestaltung sind ein solcher Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Wichtig ist in diesem Zuge auch noch, dass tatsächlich rein funktionale Qualitäten, also wenn man jetzt versucht, Produkte nur anhand von ihren Leistungsdaten zum Beispiel zu unterscheiden, wenn man sich also solch eine Tabelle vornimmt, um sich für das beste Smartphone zu entscheiden, da kommt man nicht mehr weit, also da gibt es Studien, die das auch zeigen, dass für Konsumenten diese rein pragmatischen Qualitäten keine ausreichende Differenzierung mehr bieten, erlebnisbasierte Produktbewertungen werden immer wichtiger und wir haben natürlich auch eine steigende Relevanz von Interaktivität und damit auch der Gestaltung von digitalen Produkten im Marketing. Also es gibt ganz neue Kanäle der Kundenkommunikation und auch der Einbeziehung von Konsumenten, hier ein paar Schlagwörter, also Crowdsourcing, Blogger als Produkttester oder Customization vom Handy bis zum Müsli, alles gibt es heute customized und auch das sind ja alles Aufgaben für UX-Design, die aber eben von hoher wirtschaftlicher relevant sind. Auch bekommt jedes physische Produkt durch seine Präsenz im Netz eine digitale Seite. Also UX-Design betrifft nicht nur digitale Produkte im engeren Sinne, sondern auch hier beispielsweise ein Handtuch, also es ist ein Handtuchhersteller, der seine Produkte im Netz präsentiert, sodass der Nutzer sich schon von verschiedenen Seiten anschauen kann, wie er dann aussehen wird, wenn er auf dem Handtuch am Strand liegt, kann da auch verschiedene Farbvarianten testen, finde ich eine sehr kreative Darstellung. Es geht also auch hier immer um die Frage, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das Produkt nutze. Noch ein paar weitere Beispiele, also auch sowas wie sensorische Empfindungen, hier ein Whisky geht es, auch die lassen sich irgendwie digital darstellen oder ein Hersteller für Portemonnaies, stellt auch hier dem Nutzer die Frage, ja, was für ein Lebensgefühl möchtest du eigentlich mit deiner Geldbörse verbinden? Er soll sich erst mal selbst befragen, wie ist mein Lifestyle, was soll die Geldbörse mir ermöglichen? Und dann eben das passende Produkt angeboten bekommen. Das nur einige Beispiele, es sind Teil einer Sammlung, die ich gefunden habe auf einem Blog, die ich ganz hilfreich finde, also um 25 excellent UX-Examples from E-Commerce-Sites, die der Blogger hier beschreibt. Und auch er bringt es noch in seiner Einleitung eigentlich wieder auf den Punkt, sozusagen kein UX-Design, also sich keine Gedanken machen, ist keine Option. Mit der Vielfalt an Produkten haben es eben auch Hersteller zunehmend schwerer und notwendig, eine gute User Experience zu bieten, sonst ist der Kunde ganz schnell bei der Konkurrenz und auch hier eben wieder die Beschäftigung mit UX wird belohnt, Erlebnisse als Erfolgsfaktor. Kritisch könnte man natürlich jetzt fragen, wir haben es ja in der Einleitung gehört, die wohlbefindensorientierte Gestaltung, der ich mich eher nahe fühle. Also ich möchte tatsächlich, ich habe so diese idealistische Vision durch UX, Menschen glücklich machen, ihnen auch Gutes tun. Wie passt denn das jetzt zusammen mit der Wirtschaftspsychologie? Viele, die das Wort hören oder auch, ich wäre das oft gefragt, so in den ersten Vorlesungsstunden, Wirtschaftsmarktkonsumentenpsychologie, geht es denn da eigentlich nicht darum, wie man Leuten Dinge aufschwatzen kann, die sie nicht wollen, Manipulationstaktiken, Verkaufstricks. Klar gibt es, also es gibt sicherlich auch Unternehmen, die sich primär dafür interessieren, aber ich denke, man kann es eben auch andersrum sehen und beides verbinden, es als gemeinsame Mission verstehen zu sagen, das Ziel ist wirklich, positive UX zu schaffen, den Menschen das zu geben, was ihre Bedürfnisse erfüllt und so, dass dann beide Seiten im besten Sinne gewinnen. Also die Nutzer, die positive Erlebnisse haben, wenn sie die Produkte nutzen und die Hersteller, die dann auch belohnt werden durch den Zuspruch, die ihre Produkte erfahren. Man kann also sagen, es geht darum, Bedürfnisse zu verstehen und ernst zu nehmen und die Technikgestaltung dann durch eine psychologische und erlebnisorientierte Perspektive zu bereichern. So viel zu der speziellen Verortung in der Wirtschaftspsychologie. Jetzt kann man noch an ein paar Punkten, finde ich, auch ganz schön sehen, warum denn Psychologie allgemein als Disziplin so essentiell ist für den Bereich UX, nutzerzentrierte Gestaltung. Um es zu verdeutlichen, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht von Psychologen im UX-Design, ein paar Berufsbilder, Menschen, die ich interviewt habe, nur um da mal ein paar Schlagworte zu liefern. Zum Beispiel die Anja ist UX-Researcher in der Softwarebranche, arbeitet in der User Experience Group zusammen mit anderen Psychologen, Medieninformatikern, teilweise auch Quereinsteigern. Und wir sehen hier, was ihre Fokusaufgaben sind. Also einerseits User Research, dann Requirements Engineering und die empirische Evaluation, also wurden die Anforderungen, die an die Produkte gestellt werden, auch angemessen umgesetzt. Und was noch ganz interessant ist, UX kann bei diesem Softwarehersteller auch intern als Beratungsleistung hinzugebucht werden. Sie sieht es selbst auch ein bisschen kritisch, sagt eben so, der Stellenwert von UX als Qualität ist dem Management noch nicht immer ganz klar. Vor allem, wenn das Produkt kein typisches Konsumprodukt ist. Da haben wir wieder diesen Punkt, dass so eine Definition eigentlich davon ausgeht, als ob man auch UX einfach weglassen könnte. Was aber dann eben kritisch zu sehen ist, weil wenn man die UX nicht dazu bucht, hat das Produkt vielleicht einfach eine schlechte Experience. Und es ist nicht so, dass sich dort so einfach Geld sparen lässt. Und die psychologischen Kompetenzen, die wir hier vor allem wiederfinden, sind eben im Research, die Forschungsexpertise, als auch in der Evaluation. Anderes Beispiel, Henning, Manager Corporate UX. Er ist vor allem betraut mit der internen Kommunikation über das Thema UX. Also unternehmensweit ist er dafür verantwortlich, UX in bestehende Produktentwicklungsprozesse einzubetten. Man könnte sagen, die psychologische Kompetenz, die hier zum Tragen kommt, ist eher so eine Metakompetenz. Eben, wie verbreite ich eine bestimmte Mission? Und er sieht es zumindest sehr, sehr positiv. Sagt eben, das Thema UX genießt auch gerade sehr große Aufmerksamkeit in dem Unternehmen. Er ist stolz, dabei mitwirken zu können. Und ich finde, dieses Zitat bringt es auch nochmal sehr schön auf den Punkt, dass er sagt, UX soll auch als eine Gestaltungsphilosophie fast schon eine Lebensart verstanden werden und nicht als bloße Methode, die man eben anwenden, hinzubuchen oder weglassen kann. Letztes Beispiel noch, die Melanie, UX-Spezialist im Produktmanagement bei einem Motorradhersteller. Sie ist in ihrer Abteilung als Psychologin eher die Exotin, also arbeitet mit Elektrotechnikern, Maschinenbauern und BWLern zusammen. Ihre Aufgaben sind vor allem Marktforschung, Zielgruppenanalyse, jetzt als typisch psychologische Aufgaben. Aber auch, wie kann ich denn dann die Aufgaben oder die Anforderungen, die ich identifiziert habe, zusammenbringen mit bestimmten technischen Voraussetzungen? Also zum Beispiel, was ist jetzt erforderlich, um das Telefon mit dem Motorrad kommunizieren zu lassen? Da gibt es ja immer mehr Entwicklungen in die Richtung, dass man eben auch Smartphone-Apps hat, die für Motorradfahrer besondere Erlebnisse schaffen sollen. Zum Beispiel nicht mehr nur zielgerichtete Navigation, sondern auch sowas wie Exploration, neue Strecken entdecken, die Freiheit des Motorradfahrens bewusst aufgreifen und als Erlebnisse herausstellen. Und sie beschreibt es, dass der Begriff UX zwar in ihrer Abteilung nicht unbedingt immer so explizit genannt wird, aber es sehr präsent im Denken und in den Kommunikationsstrategien. Also es wird sich immer Gedanken darüber gemacht, was ein Motorradfahrer leben will, welche Situationen entstehen können und eben auch als Marke, welche Geschichten über das Motorradfahren können und wollen wir als Marke erzählen. Und auch da sieht man eigentlich wieder eine typisch psychologische Expertise, die hier angefordert wird, was so ein bisschen in den Bereich der Werbepsychologie und Kommunikationspsychologie dann reingeht. So kann es eben in Berufsbildern aussehen. Ich würde gerne noch kurz zeigen, auf welcher allgemeineren Ebene man auch psychologische Kompetenzen braucht in der nutzerzentrierten Gestaltung. Nicht im Detail, aber kurz, um es anzudeuten, wir haben aus der kognitiven Perspektive heraus, also die Gebrauchstauglichkeit, Usability ist, glaube ich, allen UX-Experten ein Begriff. Dort werden die Psychologen als Experten für menschliche Wahrnehmung gebraucht, kann man sagen. Wir haben dann gehabt, die emotionale Perspektive, überhaupt UX, der Begriff kam auf, die Einsicht, dass auch Ästhetik und sogenannte hedonische Qualitäten eine Rolle spielen und eben auch für Qualitätswahrnehmung und Schlussfolgerungsprozesse relevant sind. Kamen dann auch solche Statements auf wie, what is beautiful is usable, die generelle Unterscheidung zwischen hedonischer und pragmatischer Qualität, also Psychologen als Experten für menschliche Urteilsbildung, könnte man sagen. Und wenn man sogar noch einen Schritt weiter geht, dass man nicht nur sagt, hedonisch, Schönheit ist irgendwie auch wichtig, sondern es gibt auch mittlerweile Gestaltungsansätze, wie eben die wohlbefindensorientierte Gestaltung, die das bewusst zum Gestaltungsziel erklären. Und das Beispiel, was wir hier sehen, vielleicht kennt es der eine oder andere, das Flüsterkissen ist ein Kissen, mit dem man emotionale Nachrichten an den Partner übermitteln kann. Man flüstert sie in das Kissen hinein, der andere kann sie abhören, indem er das Kissen ans Ohr hält und die Luft geht dann sozusagen raus aus dem Kissen. Das heißt, es ist leer, die Botschaft ist abgehört, sie ist dann auch weg, vergänglich, also nur einmal wie ins Ohr flüstern. Effizient ist das wahrscheinlich nicht unbedingt. Ein Post-it schreiben geht schneller, aber es ist eben hier das Ziel, ein ganz bestimmtes Erlebnis zu vermitteln, von dem man ausgeht, dass es dann auch Wohlbefinden für eine spezielle Situation unter Paaren erzeugt. Weiteres Beispiel, Sie kennen bestimmt alle diese Produkte oder ähnliche, die uns Menschen unterstützen wollen, uns zu verbessern, unseren Idealen näher zu kommen. Also es geht immer mehr um Produkte, die nicht nur komfortabel sind, sondern Verhaltens- und Einstellungsänderung anregen. Und auch hier brauchen wir natürlich psychologische Expertise, denn es gibt kaum etwas, was so schwer ist, wie Menschen zu Veränderungen anzuregen. Also wie genau man dann diese Produkte gestaltet und ob zum Beispiel so eine Ampel wirklich das motivierendste ist, um die Wahl des richtigen Nahrungsmittels schmackhafter zu machen, ist die Frage. Und auch da ist eben psychologische Expertise gefragt. Und schließlich auch, wenn man sich den klassischen nutzerzentrierten Gestaltungsprozess anschaut, der eben diese Kompetenzen vorsieht. Verstehen, gestalten, bewerten und als Metakompetenz noch das moderieren. Da haben wir neben der Gestaltung, ja, verstehen, bewerten, was auch klassische psychologische Kompetenzen sind, wo man Methoden aus der Marktforschung zum Beispiel einsetzt, bei der Bewertung dann Evaluationsmethoden und moderieren eher als Metakompetenz, die zum Beispiel auch die German UPA, also der Berufsverband für User Experience und Usability, sogar als Schritt Null, also als immer vorgestalteten Prozess definiert, der einfach wichtig ist, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Und selbst wenn die Gestaltung natürlich die Kernexpertise der Designer ist, der Gestaltung, auch hier lässt sich Psychologie mit einbringen. Wir können nochmal zurückgehen zu dieser Anfangseinsicht, dass es eben den materiellen und den immateriellen Teil gibt, das Nutzungserlebnis. Psychologie würde sich eher um den immateriellen Teil kümmern oder dazu etwas beitragen können. Und hier kann man eben auch ganz schön psychologische Bedürfnisse als Ausgangspunkt nehmen und kommt dann auch teilweise zu ganz neuen Produktkonzepten, wenn man nicht in vorgefertigten Kategorien von Produkten und deren Funktionen denkt, sondern wenn man tatsächlich einmal sagt, ich möchte ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen und wie könnte ich das machen. Ein Beispiel dazu, vielleicht kennt es der eine oder andere schon, ich finde es aber immer sehr schön, um das zu verdeutlichen. Das ist Mo, der kontaktfreudige Musikplayer. Eva Lenz hat ihn gestaltet. Und zwar ist ihr Ziel gewesen, zwei bestimmte psychologische Bedürfnisse zu unterstützen, nämlich Verbundenheit und Popularität und das eben im Rahmen des Musikhörens. Sie ist ausgegangen von der Situation, dass auf Partys ja oft Musik gespielt wird, jeder möchte Musik hören. Allerdings ist es auch oft so etwas wie eine Bürde für den Gastgeber, also er muss sich irgendwie um die Musik kümmern und dann gibt es trotzdem dauernd Gemecker. Es werden teilweise einfach unhöflich die Lieder dann weggeklickt oder es wird gemeckert und so hat sie eben gesagt, es soll als gemeinschaftliches Erlebnis kreiert werden. Jeder hat hier so einen kleinen Lautsprecher und kann da seine Lieblingsmusik drauf spielen und wenn die zusammen sind an einem Ort, die Lautsprecher, erkennen sie sich gegenseitig und spielen dann die kombinierte zufällige Playlist aller Geräte. Genau, die Bedürfnisse im Fokus sind Verbundenheit und Popularität. Allerdings hat dieser Fokus eben auch zur Konsequenz, dass sich Mo in ein paar Stellen unterscheidet von herkömmlichen Playern. Zum Beispiel die Frage, ich nehme mal an, die meisten Musikplayer, die Sie haben, haben irgendwo ein Display. Frage zu Mo, hat Mo auch ein Display? Wenn ja, warum oder warum auch nicht? Gibt es dazu spontane Einschätzungen? Einschätzungen? Okay, ist jetzt vielleicht schwierig, können wir gleich noch diskutieren. Also ich löse hier mal auf. Mo hat an dieser Stelle kein Display, Eva hat sich dagegen entschieden und zwar eben um diese Situation, wenn man wissen möchte, welcher Song gerade gespielt wird, was das Display normalerweise ermöglicht, aufzulösen, ist in diesem Fall eben die Idee, irgendjemand hat den Song ja mitgebracht, von irgendjemand ist es das Lieblingslied und man kann eben einfach in die Runde fragen. So wird dann auch Kommunikation wieder unterstützt, vielleicht ermöglicht es sogar noch Verbundenheit, wenn jetzt zwei Leute den Song kennen und dann gleichzeitig mit der Antwort herausplatzen. Ähnliche Frage, gibt es denn ein Weiter-Button, also dass man zum nächsten Song springen kann? Ja, nein, genau, nein, gibt es auch nicht, weil eben wegdrücken wäre enttäuschend und weil es ja sozusagen unhöflich ist, man drückt das Lieblingslied eines anderen weg und insofern eben auch hier kein Skip-Button. Ja, das als ein kleines Beispiel ist natürlich ein recht innovatives Konzept und ob das jetzt so marktauglich ist, ist eine Frage, die man diskutieren kann, aber einfach, um mal zu verdeutlichen, wie das eben aussehen kann, wenn man Psychologie in den Fokus der Gestaltung bringt. Wer mehr dazu erfahren möchte, dieses wunderbare Buch, in dem auch der Untertitel des Vortrags entlehnt ist, was ich mit Mark Kassenzahl zusammen geschrieben habe, was ich gerade vorgestellt habe, ist so ein bisschen das Einleitungskapitel, kann man sagen, es geht darum dann eben noch um Modelle, Ästhetik der Interaktion, auch Tools, die es gibt, um damit zu arbeiten, die Frage des Experience Prototyping. Ich glaube, es werden vielleicht sogar später ein, zwei Bücher verlost. Ja, damit komme ich auch zum Schluss. Meine Botschaft, die ich einfach rüberbringen wollte, war eben, dass dieses interdisziplinäre Arbeiten wirklich der Schlüssel zum Erfolg in der UX-Branche ist, dass es aber um eine wirkliche Verzahnung geht und nicht nur darum, das Wissen der einen Disziplin an die andere weiterzureichen, sondern wirklich gemeinsam zu arbeiten, sich dem gemeinsamen Ziel, gutes UX-Design zu verschreiben und Erlebnisse als Erfolgsfaktor zu verstehen. Vielen Dank und ich freue mich auf Fragen. Vielen Dank.